Dunkle Zeiten im Zeichen des Virus Derzeit liegt die Sterberate bundesweit bei ca. 10.000 Fällen und die aktuelle Infektionsrate bei 50.000. Tendenz steigend. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte in einer Aussage, dass sich alle ihre Ressourcen momentan darauf konzentrieren, ein Heilmittel zu entwickeln. Aber, so die Organisation weiter, da stehe man noch ganz am Anfang. Andere Nachrichten melden, dass das Pharmaunternehmen B&G Laboratories heute unter Zwangsverwaltung gestellt worden ist. Dies ist ein weiterer beispielloser Vorfall, bundesweit der vierte und weltweit der achte, welcher zeigt, wie ernst nicht nur die gesundheitliche Lage momentan ist. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und? Hast du was? Nee, immer noch nichts. Verdammt. Jakob, das hat so keinen Wert. Mit dem Klon hier kommen wir dem Heilmittel keinen Schritt näher. Ich hab absolut nichts, was ich auf der Virologie-Tagung präsentieren kann. Das ist peinlich. Gibt es andere Klonen, die wir testen könnten? Nee, ich hab alle schon zehnmal durch. Ja, aber was ist mit den kürzen Klonen? Das soll mit dem sein, das ist Zeitverschwendung. Gibt es keine weiteren Optionen? Das muss funktionieren. Jakob, das wird funktionieren. Wir sind ein gutes Team, wir kriegen das hin. Wir haben das bis jetzt immer hingekriegt. Tch, hoffentlich. Das ist es, ich verstehe nichts. Und schon mit dem Klonen verbauten wird. Dein Großvater wollte, dass du seine Notizbücher bekommst. Ich schicke dir bald den Rest, okay? Ich habe immer gedacht, dass du auch eines Tages Physiker werden würdest. Okay. Ich weiß, dass du ihn sehr vermisst. Ja, ich vermisse ihn wirklich. Wir sprechen nächste Woche, okay? Gib nicht auf. Ich bin sicher ein Wunder wird bald geschehen. Okay. Ich bin froh, dass es gut angekommen ist. Viel Glück, Jakob. Danke. Wünsche ich dir auch. Bye. Bye. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Frederik! Ach Frederik! Wie war dein Vortrag? Ey, mega gut! Ich meine, die Ergebnisse waren ja scheiße, aber danach sind vier Typen auf mich zugekommen, haben total viele Fragen gestellt, waren super interessiert, ich hab keine Ahnung warum. Mega viele Fragen gestellt und ist das nicht super crazy? Jakob? Ähm, tut mir leid Frederik, ich muss jetzt auflegen, wir sehen uns morgen auf der Arbeit. Tschau. Okay, bis morgen. So? 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 Amen. Was ist denn... Was ist denn hier los? Das Virus wird vorerst unter Kontrolle sein, aber in fünf Jahren wird es wieder auftauchen und fünf Millionen Menschen werden sterben. Dann kommt eine weitere Welle mit einer mutierten Form des Virus zu, die zu einer globalen Pandemie führen wird, bei der eine Milliarde Menschen sterben werden, darunter meine Familie. Die Regierung lässt zu, dass dies geschieht, denn sie will die Weltbevölkerung reduzieren. In Kürze wird ein Gesetz verabschiedet, das diese Art der Forschung illegal machen wird. Ich konnte nichts tun, um meine Familie zu retten, aber du kannst sie retten. Dieses geküsste Konstrukt, das sie ignoriert haben, teste es. Vertraue mir. Was passiert denn hier? Das... Unmöglich. Hi. Morgen. Gott sieht so scheiße aus. Hast du überhaupt geschlafen? Ich fühle mich irgendwie komisch. Ich habe nachgedacht. Wollen wir den gekürzten Klon testen? Nein. Das ist reine Zeitverschwendung, das habe ich dir gesagt. Hast du eine bessere Idee? Nein, aber warum sollte ein gekürzter Klon irgendwie besser sein? Nur rein hypothetisch. Ja. Hier haben wir einen vollständigen Klon. Okay. Nehmen wir das hier weg. Hier haben wir den gekürzten Klon. Ja. Und genau auf diesen Flächen sind die vorher verdeckten Epitope. Was ist, wenn genau an dieser Stelle die stärkere Wirkung ist? So funktioniert das normalerweise nicht. Es geht nicht darum, ob es normal oder nicht normal ist. Ich weiß, aber wir haben weder die Zeit noch das Budget, um mit solchen Experimenten anzufangen. Vertrau mir doch. Gut. Okay. Auf deine Verantwortung. Wenn es nicht funktioniert, bringe ich dich um. Tja. Dann machen wir das wohl später, ne? Tja. 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 Jakob, das muss funktioniert haben. Es wird funktionieren. Mach auf. Oh mein Gott. Das könnte für ein Heilmittel reichen. Jakob, ich kann nicht fassen, dass unser Labor die Welt retten wird. Ich muss das auf der nächsten Konferenz präsentieren. Die werden durchdrehen. Nein, Frederik. Wir können das niemandem erzählen. Wir können das noch niemandem erzählen. Es muss noch alles geheim bleiben. Ja, die Klone genauso wie die Forschung. Wir müssen das alles in flüssigen Stickstoff lagern, damit es für eine längere Zeit haltbar ist. Schwachsinn. Ich kann dir das gerade nicht erklären, aber es ist dringend. Was machen die denn da? Wer sind die denn? Das sind die Leute, die mich auf der Konferenz angesprochen haben. Das sind Regierungsbeamte. Du musst alles kopieren, was auf deinem Hauptcomputer ist und anschließend löschen. Ich packe den Klon in den Kanister. Jakob, du machst mir Sorgen. Mach es einfach. Jakob, wir können doch nicht. Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärung. Mach es einfach. Okay. und ich habe noch geschafft. Okay. Nichts im Keller gefunden. Wagner. Negativ. Schmidt. Negativ. Böhm. Hab hier was gefunden? Negativ. Ich betrete jetzt den ersten Stock. Irgendwas? Erdgeschoss Ostflügel frei. Alles klar. Erster Stock auch frei. Negativ. Ich schau dem Westflügel nach. Okay, ich schau mir den Büros nach. Gefunden. Büros. Dritter Stock. Herr Mark? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Es fanden hier in diesem Labor nicht autorisierte Experimente statt. Ich hab keine Ahnung, wovon Sie reden. Keine Ausreden jetzt. Das, woran Sie gearbeitet haben. Wir wurden angewiesen, es zu konfiszieren und zu zerstören. Äh, das kann nicht sein. Wir machen hier nichts Illegales. Wir versuchen hier Menschenleben zu retten. Oh, nein! Oh! 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 Herr Rainer, für das Wohl unseres Landes fordert die Regierung auf, diesen Kanister zu übergeben. Hast du alles? Ja, ich habe alles auf unserem Server hochgeladen, die Laptops beschlagnahmt und die Festplatten gelöscht. Die Regierung dankte ihnen für ihre Unterstützung. Vielen Dank. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Warum würden die das machen? Was ist los? Jakob, was ist los? Komm mit, ich möchte dir was zeigen. Was machen wir hier? Du hast es im Auto klar versteckt? Wahnsinn. Aber wie? Ich habe ihnen genau gegeben, wonach sie gesucht haben. Den vollständigen Klon. Warum auch den gekürzen? Stimmt, das wäre vollkommen sinnlos. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute noch Regierungsbesuch bekommen. Nur eine Frage. Wo wirst du ihn jetzt verstecken? Lass das meine Sorge sein. Wir haben viele Stunden, dann siehnte ich hin. Wir haben keine Sorge genug. Wir sind sehr intensiv. Wir sind der Junge. Wir haben eine Runde mit. Wir haben die Sorge. Komm schon. Du hast es geschafft. Wahnsinn. Meine Frau und Kinder sind Dank dir in Sicherheit. Wir haben jetzt eine Chance gegen die Regierung. Unmöglich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020